Ja, Coach Trey Thomi, jeder neue Trainer in Kärnten oder jeder neue Spieler wird als erstes einmal auf die Bedeutung eines Kärntner Derbysiegs aufmerksam gemacht. War das bei Ihnen auch so? Ja, ich freue mich total auf dieses Derby. Ich habe es bis jetzt nie in meinem Leben gesehen und jetzt werde ich am Sonntag am Sonntag das miterleben dürfen und ich kann es kaum erwarten. Der KC hat ein sehr starkes Team, auch dieses Jahr. Haben Sie den KC schon beobachten können? Wo sind unsere Chancen? Ja, natürlich habe ich die Beobachter. Das ist eine wirklich gute Mannschaft. Die sind schlagkräftig, die haben vier gute Reihen. Letztendlich, ich denke, das Spiel in einem Derby wird darauf ankommen, die 1 gegen 1 Battles. Also wer bereit ist, 1 gegen 1 diese Battles zu gewinnen und die Scheibe zu behaupten, die werden am Ende des Tages als Sieger rauskommen. Kennen Sie den Pyramidenkogel und wissen Sie, was der Pyramidenkogel mit Derbys zu tun hat? Jetzt weiß ich Bescheid. Wir müssen unbedingt gewinnen, dass das Ding blau wird nach dem Spiel. Und ich freue mich auf dieses Derby. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das Ding blau leuchtet danach. Vielen Dank, Trey Tomy. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass es bei der Heimfahrt auf der linken Seite einen blauen Pyramidenkogel gibt. Vielen Dank.